ja liebe leute herzlich willkommen zur bastelautowa 21 weiter geht es mit meiner kleinen vorproduktion wir haben noch ein bisschen was vor und das heißt und zwar heißt das jetzt noch weitere alte stelle erfahren bisher noch zu tun würde ich sagen wie ihr so sieht haben wir noch einiges vor nur mal alle fünf einfachen ist dann halt einfach gerade so gut kriege ich zumindest heute nur teil der missionen es ist ja alles auf 5 becunia ist ja schon auf 5 so nachfrage dementsprechend aber das ist das problem dass keiner von denen auf das ist alles grün ja ich glaube wir müssen mich jetzt erst mal eclips bay fahren würde ich sagen so guck mal was wir so für rücken haben gerade so indigo her gut dass wir sagen ich will jetzt aber ich habe mir gerade die strecke da oben heil in der park ja das ist diese hier genau dann fahren wir die nämlich weiter wenn wir die nämlich aufgewertet haben haben wir nämlich den vorteil dass wir dann schon mal das an der ersten teil der mission schon mal fahren können ich fahre selber so eine pause so ein futter lindel letzte alte stelle perfekt oder so ein futter lindel letzte alte stelle so ein futter lindelächter so ein futter lindel窄 sein so ist das Gucken wir mal gerade, dass wir hier vernünftig ran fahren. So, der Bussehberg kann ausgebaut werden. Es sind nämlich nur ein paar Haltestellen, die glaube ich noch nicht so... Genau, welche sind das eigentlich mittlerweile? Die drei sind das, diese Außenhaltestelle. Die drei. Sobald ich das jetzt richtig verstanden habe, oder? Ja. Alles klar. So ein schöner Tag. Das würde richtig Parts fressen. Diese Aufwertung. Aber jetzt mehr oder weniger pro Stadtteil. Hier. Server Street. Ich muss jetzt gerade mal hier rum. Wie heißt das eigentlich die drei Haltestellen? Ich gucke jetzt mal nicht auf die Zeit, weil es mir jetzt gerade egal ist. Und ich liebe es. Highlander Park Hotel. Highlander Park Hotel. Und die. Es bin Avenue. South Amador. Okay. Gut. Dann weiß ich zumindest schon mal ein bisschen Bescheid. Wie gesagt, das wird jetzt richtig richtig Parts fressen hier. Das hochwerten. Die Mission selber an sich ist ja nicht das Problem. Das wird nicht das Problem sein. Die Vorbereitung darauf. Das ist das Problem. Ich brauche einige Fahrkarten bitte. So. Nur hin bitte. So. Der Haltestelle ist jetzt der Haltestelle. Die haben wir schon. Unglaublich auch gewertet. Ich werde jetzt erstmal nur, dass wir. Wir müssen ja die Haltestelle in der Park. Ehrle für fünf Jahre. Deswegen ist es nicht Problem. Wir arbeiten den Stadtteil für Stadtteil, was wir noch nicht haben. Ab. Arbeiten die vor. Dann haben wir sie alle durch. Einmal. Ich glaube das jetzt pro Paar. Ich würde es jetzt richtig folgen fressen. So. Das mache ich jetzt auch mal nicht so gerne. Aber wir machen es mit. Wir hätten jetzt auch einfach kein Verwendung können. Wie gesagt, jetzt ist das Leben wahrscheinlich. Wenn ich das Ding habe hier. Dann kann ich euch schon mal den ersten Teil der Mission zeigen. Ich habe sie auch schon mal so ein bisschen angeschnitten. Aber. Ähm. Naja. So. Gucken wir, wie es hier nochmal rum geht. Naja. Nein, natürlich nicht. Alles klar. Halle in der Park Church. Und die nächste halte Stelle danach ist eine. Es ist nämlich mehrere Dreier noch mit dabei. Das ist das Problem an der Sache. Das Wetter ist einfach wundervoll. Das ist ja auch immer noch mit dabei. Das ist ja auch noch mit dabei. Okay. Und so. So, nächster Stelle ist dann die Esmin Avenue. Check die mal, bis vorstelle wieder. Kurze Fehler, kenne ich nur aus Family Guy. Nein, nein. Direkt mal. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer, ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Was? Augen. Achso, blick da. Hier, bitte. Ach, hier ist die. Was? Fahrkarte? Oh, äh. Vorsicht, da steht ein Bär hinter Ihnen. Ja, ich zeige Ihnen, meine Fahrkarte ist, aber nicht anfassen. Die kommt direkt in meine Sandung. Alter, wie viel Fahrfahrer, wie viel Schwarzfahrer wir denn hier anbaut? Hier ist meine Fahrkarte. Und hier bin ich aufgewachsen. Und der nächste. Hat die mal mitgezählt, wie viel es waren? Habt ihr das? Fünf fahren, sechs fahren, sieben fahren? Um diese Verdrehrung, ne? Moin. So, jetzt habe ich das, wir dann. Hatte ich ja gar nicht gesagt, sehr geil. Zack, nächst auf vier. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Haltestellen, die nicht oben sind. Die nächste, die oben steht und dann ist die Außen Haltestelle. Eine Fahrkarte, bitte. So, nächste Haltestelle ist da unten, die. Also die Haltestelle sind zwei auf alle Fälle noch und diese hier jetzt hier. Und er ist mit Avenue. Das sind die einzigen Haltestellen, die jetzt noch fehlen. Ich muss jetzt hier die nächste Zeit ein bisschen vorbereiten. Weil ich ja ab nächster Woche ein paar Tage weg bin. Sehr schön. Heide der Park ist jetzt auch auf fünf, aber da fehlen noch drei Haltestellen. Mehrere Haltestellen, das ist immer gut. Hier auch noch, ne, in Oakwood. Die Hunden, die eine, die zwei an da unten. Heide der Park ist natürlich jetzt auch fünf, aber da fehlen halt noch ein paar Haltestellen. Ich hoffe, wir können ja so weit, das war, wie cool, aber ich kann sich abchecken. Ja, die haben wir durch. Genau wie Arnold Park. Das ist aber nicht das Problem. Das heißt, Oakwood muss man nochmal fahren. Die bauen wir danach um. Das ist so, wie gesagt, diese eine Haltestelle ist. Na, wenn man die nämlich als Zwischenhaltestelle mit und kloppen dann dabei Oakwood durch. Das machen wir danach. Da ist auch mal ein Highlander Park, damit wir die Mission durch haben. Ja, zwei, drei Haltestellen, das ist so. So. Dann auf der Hälfte. Das ist jetzt jemals South Amador Street. Die ist natürlich jetzt alles mehr oder weniger. Die Fahrt. Das ist wieder voll in den Wurst gerannt. Naja, passiert. Ich dachte mir, ich schaffe das sowieso. Ich schaffe das noch knapp, aber ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Ich dachte, jetzt müssen wir ja nicht, weil 20.000 sind. Aber das war immer das Spiel, muss man jetzt auch mitnehmen. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir die dann auch auf 4 haben. Ich hoffe, dass wir diese Woche, bis zur Folge, die Haltestelle, es sind noch 3 Haltestellen. Es sind noch diese 3 Haltestellen. Also, die nächsten beiden sind es noch. Es sind jetzt noch Highlander Park und Esmin Avenue. Ich hoffe, dass wir diesen Part noch alles schaffen. Das wäre total toll, wenn wir diesen Part noch zumindest den Highlander Park holen müssen. So, Highlander Park Hotel, das hätten wir jetzt super jetzt, wenn wir die jetzt hochgehen würden. Also, wir müssen uns zumindest noch einmal fahren. Doch, warte mal. Die sagt gerade, die gibt mir gerade die Meldung rein. Supi, dann fehlt uns jetzt nur noch. Jetzt fehlt es sich, dass immer der Street und die Esmin Avenue. Und ja, alles andere haben wir. Ich will das Thema heute, Highlander Park, gerne abschließen. So, jetzt haben wir als nächstes hier. Leider ist das hier, das wäre ja schon die Esmin Avenue, aber das ist leider die falsche Haltestelle. Jetzt zumindest noch, die kommt nämlich danach erst. Der nächste ist San Pablo und Android. Wie gesagt, es sind halt nur die zwei Haltestellen, dann hätten wir so alle komplett einmal. Vielleicht verhoffen, was wir am nächsten durch können. So, San Pablo, Highlander Park Hotel. Ach, da war noch einer? Die ich gar nicht gesehen habe. Okay, dann sind wir noch die zwei. Heute sind auf jeden Fall die ersten und die erste dort. Dann habe ich eine Fahrkarte gekauft. Danke. Dann kann ich die nämlich danach löschen, die Route. Ich mag die heutige Musik nicht besonders. Aber all directions sind die Normen. So. Ich brauche eine Fahrkarte. 23 zurück. Die Laderäume muss ich mal reinrauen. Der Transit Terminal. ich dachte es wäre das mal irgendwann meine ganzen ich muss doch mal ich habe dafür stoppt dann noch abgeben wenn ich dann hier so weit ein bisschen durch bin ich weiß nicht ob die alleine schon aufwerten oder habt ihr dann ab die das automatisch machen das wäre natürlich immer wenn sie da alleine aufwerten so jetzt fahren wir da hoch so doch kann man so nicht aufwerten also mehr wo ich bei dir ist es egal jetzt es sind offiziell noch zwei haltestellen hier brauchen wir hätten wir hier mal in der park durch ich brauche eine fahrkarte danke so die nächste ist wie gesagt das ist die es wird genau es wird die zerpärbel und entdeckt also die ersten die erste und die letzte da lander theoretisch ist der hall in der park schon auf der füllen auf der folgsten stufe aber der ist noch nicht dafür noch zwei haltestellen hier aufgewertet werden müssen ich brauche eine fahrkarte halt halt das steht hinten da war denn unsere musikhörer hier das müsste eigentlich noch die zwei stellen sein und genau die erste und die letzte sind so ja wie gesagt jetzt die durchführung dann am ende ist nicht so schwer von der mission das sind die kleinen teile aber wie gesagt das mega alt das ding ist vorzubereiten halte schon kann ausgebaut werden auf die stufe 7 schon mittlerweile ich brauche ich dann auch gleich die route ich brauche ich gleich auch die route zum wo ihr mit die mission abschließen könnt und dann fahren wir die ab und dann ist es relativ zügig erledigt hoffe ich kann ich bitte eine fahrkarte haben es sollte nicht nach arbeiten das ist mir auch selten aber es hat sich super wenn ich da den bändischen fahrgasträder wird das ist die mittlere türen dann mache ich hier vorne schon mal zu so gut gut genau wir machen dann machte nach dem kleinen ding hier machen wir einen kleinen break in der nächsten folge gehen wir dann den ersten teil der großen mission an dann brauche ich euch wie gesagt die rote dann fangen wir die ab und dann hatten wir die dabei auf 4 auf 5 hoffentlich auf so der nächste halte stelle ist doch dir ist doch etwas als andere 390 wir haben jetzt mittlerweile 2,4 millionen 2,240.000 kriegen wir pro pro zahltag so wieder fast level 100 wir werden drüber kommen so sind wir unter der letzte möchte doch noch ein ticket haben entschuldigung ich habe gepupst so soll ich sagen schon ist jetzt mit der video und dann hoffe ich dass wir die abgearbeitet haben fehlen sie mich nur noch eine halte stelle das hat dieses haus anders jetzt habe ich noch was so etwas mich hier mit aufhören jawoll die letzte fehlt noch es fehlt tatsächlich nur noch sonst einmal durch kommt die fahrer danach noch an dann haben wir auch einmal durch ich brauche eine fahrkarte ich versuche ja pro folge eine ganze pro folge aber wir sind auch einige auf 1 das ist wohl die fahrer noch nicht häufig an die müssen wir dann noch mit genau weil da einer jetzt irgendwie mit ich muss ja schon mal schlafen mit schlafen zu aufhecken hier bist du ja du bist dass du bist die stoffe so könnte jetzt mal durchgehen so könnte jetzt war mein boot am strand wurde in zwei hälften gesägt und liebe leute das fährt das ist nur eine alte stelle dann hätten wir es geschafft wie kippt mehr video genau das ist sein in der park hotel das ist jetzt die andere seite ich hoffe dass wir danach abschließen können kann man nämlich zum heilander park komplett abschließen und über heilander park weg dann wieder danach gehe ich die ersten teil der mission an danach gehen wir auch gut haben und dann sieht ja schon fast es sieht ja schon mal richtig gut aus ein paar unten sind auch durch die scheiß rampe ich kann jetzt gleich vor ich mache zu hier da war der kleine rutsche fahrer hier ach das ist die scheiße die man noch zu ist das ist ja heute fahrer jetzt warum willst du dich raus da war die mittlere tür zu und dann fahren wir noch stets da alles was aber dass wir die aufwerfen können wir nicht das war die gute neue beginnt aber das in der nächsten folge auf jeden fall jetzt erzählt einfach nur ob wir die aufwerfen können wir nicht so 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 leben diese steht dass die leute stehen bleiben müssen der bleibt nämlich jetzt stehen da lässt mich jetzt komplett rein und das muss ich auch so jetzt müssen wir auch das vielleicht die glück das glück haben die heilige lauf zu werfen und dann sind wir durch mit dem mit dem heilander park da gibt es wieder das thema abgeschlossen so wie sind es in der nächsten folge da jeweils macht mit dem ersten teil der großen mission